Aufnahme So liebe Freunde Willkommen zu einem Part von einem PC Aufnahme Und ihr seht auch hier meine Webcam So Cengola Apecry Ok Also Legen wir los Wir spielen heute Akinator Und Wenn ich hier gerade mal so Deine Mutter Was Ok Hallo ich bin Akinator Um ein neues Spiel zu begehen klicke auf Spielen So mal gucken ob der Akinator meine Fragen beantworten kann Ich bin 16 Und wir spielen Das mal jetzt Ich hab das schon bei vielen anderen YouTubern gesehen Und hab mir gedacht Mensch das musst du machen So Ich denke gerade an wen Ich denke an wen Yep Ich denke jetzt mal an mich Mal sehen ob er mich findet Mal sehen ob er mich findet Wurde deine Figur durch YouTube bekannt Ja Spiele deine Figur Minecraft Ich spiele Cube Life Island Survival aber Ist ja Ist ja jetzt kein richtiges Minecraft Ja Ist deine Figur weiblich? Nein Wo ist meine Maus? Achso Ist deine Figur ein Mensch? Was zum Teufel Hat deine Figur über eine Million Abonnenten? Schön wärs Schön wärs Schön wärs Schön wärs Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Let's Player hat nichts mit Spielen zu tun Ich komme in keinem Spiel vor Spiel deine Figur Spiel deine Figur Call of Duty Nein Ich kann nicht mehr sprechen What the hell Spiel die Figur Super Mario Maker Das ist erst rausgekommen und erkennt es What the hell Ja Tue ich Super Smash Bros. Mario Ja Spiel deine Figur Lego Dimensions? Nein Habe ich niemals gespielt Das ist aber auch sehr sehr Früher rausgekommen Hat deine Figur etwas mit der Nintendo Wii zu tun? Nein Ich bin kein Nintendo. Ich bin keine Nintendo-Figur. Hat deine Figur braunes Haar? Ja, ich hab braunes Haar, oder? Oder? Ist es braun? Ich glaub schon. Ist deine Figur aus dem Ruhrpott? Was? Was ist das? Ich will es jetzt gar nicht wissen, er ist geraged. Hat deine Figur eine feste Freundin? Nein! Alles ist gut. Spielt deine Figur Animal Crossing Happy Home Designer? Nein, tue ich nicht. Ist deine Figur dick? Bin ich dick? Ich glaub ja nicht. Nein. Ist deine Figur dafür bekannt, dass sie frech ist? Nein, ich bin nicht frech. Mag deine Figur Snickers Eis? Du fragst Fragen. Äh, ich glaub ja nicht. Ne. Ist deine Figur stark übergewichtig? Nein! Nein! Dead Face! Lebt deine Figur in Deutschland? Natürlich! Ist deine Figur Game of Minecraft? Nein! Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Ich bin keine Nintendo-Figur. Spielt deine Figur Counter-Strike? Nein! Was ist Counter-Strike? Hat deine Figur etwas mit FIFA 15 zu tun? Hab ich noch niemals gespielt? Ich bin auch keine Spielfigur? Ich bin auch keine Spielfigur. Ups! Deine Figur mehr als 100.000 Abonnenten. Schön wär's. Schön wär's. Auf ab zu ragen. Ich denke an... Snaily Snails. Wer ist das? Ich glaube nicht, dass er mich findet. Es ist ja gut. Na gut, ja. Gut. So toll. Aber okay. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ach, sechs Minuten? Komm, wir machen nochmal. Leute, das macht Spaß. Macht richtig Spaß. I love it. So, was fragen wir Ihnen jetzt? Ist ein Figur Let's Player? Ich denke an wen. Ich verrate euch mal nicht. Ja, meine Figur ist ein Let's Player, ratet mal mit. Mist. Hallo, du hast... Du hast es doch schon raus. Okay. Ich glaube nicht, dass Kon-Krafter Cello spielt. Er hat eine Ukulele, aber kein Cello. Ist die Begrößerung bei einer Figur... Moin? Moin! 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 Was ist das für ein Bild? Oh mein Gott! Was ist das? Ja, du hast es herausgefunden. Prüder zu Akinator. Prima, nochmal gefunden. Ich liebe es mit dir zu spielen. 144.571 Mal gespielt. Das flasht mich. Wir nehmen schon seit 9 Minuten auf. Einen machen wir noch. Und dann ist gut, okay? Nein, nein, nein. Trägt deine Figur Männerkleidung? I think so, I think so. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ja. Hat deine Figur über eine Million Abonnenten? Nein. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Nein. Ist deine Figur ausländischen Ursprungs? Nein, ich glaube er nicht. Hat deine Figur mit Musik zu tun? Nein. Was guckst du mir so grün nicht an? Trägt deine Figur einen Bart? Ich denke jetzt gerade an Let's Play Markus, aber guck mal, ich habe einen Bart. Aus diesem Grund mache ich jetzt mal ganz schnell um und suche jetzt wieder nach mich. Ist deine Figur Teil von einem Duo? Nein. Regt sich deine Figur oft in ihren Videos bei YouTube auf? Regel ich mich auf? Ja, wenn mein Nutschock spinnt, ja. Eigentlich schon. Ist deine Figur schnell bekannt geworden? Innerhalb von einem Jahr 50 Abonnenten. Ja, wenn ich mir so andere angucke, ja. Hat deine Figur eine Augenklappe? Nein. Ich habe keine Augenklappe. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Ja. Und wir haben noch so viele Millionen, die du heute auch angestigt hast. Ja, keine Ahnung, aber es ist so ein Ding. Ja. Das ist so ein Ding. Ja. Entspannte. Na gut, ist deine Figur durch Instagram bekannt geworden? Nein, ich hab kein Instagram. Tut mir sorry, kommt deine Figur aus Hamburg? Nein, mach mal daraus Bernburg. Ist deine Figur dick? Nein! Kommt deine Figur aus Deutschland? Ja! Hat deine Figur eine Brille? Nein! Hat deine Figur eine feste Freundin? Nein! Hat deine Figur schwarze Haare? Was denn nur? Sind die braun oder schwarz? Na schwarz sind die jetzt nicht. Ich hab keine... Ist deine Figur aber 20? Nein! Nein! Ich bin ein Mann! Kann deine Figur die Augenfarbe ändern? Wie? Was? Wo? Wann? Wie? Wie? Hä? Äh? Kommt deine Figur aus Bayern? Nein! Ist deine Figur ein Junge? Na ja! Hat deine Figur einen Hund? Nein! Meine Ohmacht einen! Spielt deine Figur bei Zaubereräfer Deplass mit? Nein! Achso, ja, die können ihre Augenfarbe ändern! Stimmt! Kommt dein Figur in Star Trek vor? Nein! Das wüsste ich! Kommt deine Figur aus Basel! Äh, äh, wo liegt Basel? Oder besser gesagt, was ist Basel? Ist deine Figur über 20? Nein! Mach deine Figur Challenge-Videos auf YouTube! Nein! Mag deine Figur die Natur? Ja! Möchtest du mit deiner Figur schlagen? Nein! Betreib deine Figur einen Block? Nein! Ich habe keinen Block! Hat deine Figur gelegentlich eine Palsche? Nein! Ich hatte nur eine Katze! Möööööööö! Lebt deine Figur noch bei ihren Eltern? Ja! Where eye is the house? Hat deine Figur besonders langes Haar? Neun! Also besonders lang verstehe ich jetzt hier so, ob deine Figur besonders lang sah. What the fuck? Okay, er hat mich nicht gefunden. Ah, ja, ich glaube das sollte auch erstmal ausreichen mit dem Video, ja. Wir sehen uns in einer, ich mache noch ein paar von Akinato, ja. Schreibt in die Kommentare was ich denn sonst noch so machen kann. Cleverbot könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Hm, wir sehen uns. Also wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen und Meinung in die Kommentare. Schreibt doch in die Kommentare was ihr gerne noch sehen wollt von mir. Also wir sehen uns im nächsten Part von Akinator wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und. Spannungs- Vielen Dank.